Es gibt eine Sache, die Männer für Frauen so anziehend macht, dass sie nicht anders können, als Tag und Nacht an diese Männer zu denken. Das heißt, du hast zum Beispiel ein Date mit einer Frau, sie sieht dich zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben. Und nach diesem Date wird sie nach Hause fahren und sie wird sich schon Gedanken machen, wie kann ich diesen Typen in eine Beziehung bekommen? Wie kann ich dafür sorgen, dass er mir antwortet? Wie kann ich dafür sorgen, dass er auf ein zweites Date mit ihnen geht? Also egal, wie attraktiv die Frau ist, ob das jetzt so eine 10 von 10 ist oder eine ganz normale Durchschnittsfrau, wenn du diese eine Sache machst, dann wirst du sie dazu bringen, dass sie Tag und Nacht über dich nachdenkt. Und dass auch kein anderer Mann, den sie kennenlernt, auch wenn der besser aussieht als du, irgendwie besser reden kann als du, dass diese Männer alle vergessen werden von dir, komplett irrelevant sind und du der Einzige in ihrem Kopf bist. Und das, was ich dir gleich sage, das ist eigentlich so ein Geheimnis, das erzählen ehemalige Playboys ihren Söhnen am Kaminfeuer. Also das hat kaum einer auf dem Schirm. Viele Männer, die Dating-Videos gucken, die wollen so sein, die faken das, die tun so als ob. Aber ich muss dir nicht erzählen, dass das nicht funktioniert. Um zu verstehen, was diese eine Sache ist, die Frauen verrückt nach dir macht, musst du erstmal verstehen, wie Angst vor Ablehnung funktioniert. Ich meine, wenn du dir zum Beispiel überlegst, eine Frau anzusprechen, also du siehst eine attraktive Frau auf der Straße und du hast jetzt diesen Entscheidungsprozess in deinem Kopf, mache ich oder mache ich nicht? Und dann entscheidest du dich dagegen aufgrund von solchen Gedanken wie, ja die ist eh zu hübsch für mich, die könnte mich sowieso ablehnen, andere Leute könnten das sehen und, und, und. Das ist ja scheißegal, welche Gedanken du hast, aber es geht in diese Richtung. Und dann entscheidest du dich doch dagegen. Hast du dich nie gefragt, woher das kommt? Warum hast du so viel Angst vor Ablehnung? Warum ist Ablehnung so schlimm für dich? Sagen wir, du gehst dahin, du sprichst die Ahnung mit, hey, ich finde dich hübsch, wollen wir uns kennenlernen. Das ist jetzt kein sehr schlauer Opener, aber stell dir mal einfach vor, du wirst das machen und die reagiert mit, ey, was bist du denn für ein hässlicher? Ja, mit dir will ich gar nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei. So, was jetzt? Warum ist das so schlimm? Denk mal drüber nach, warum ist das so schlimm? Weil an sich, an sich kennt sie dich ja nicht und hat ihr einfach nur zu verstehen gegeben, dass sie gerade keinen Bock hat, ein Gespräch mit ihr anzufangen oder dich kennenzulernen, weil du ihr eine falsche Facette präsentiert hast von dir oder weil sie dich optisch vielleicht nicht so attraktiv findet. Ist doch auch scheißegal, also warum ist das so schlimm für dich? Diese Frage ist eigentlich so offensichtlich, aber die wenigsten von euch haben sie sich jemals gestellt. Denn diese Ablehnung an sich, behaupte ich, ist scheißegal. Die juckt keine Sau, Mann. Dir wäre es so egal, wenn die Frau dich ablehnt. Dein echtes Problem, wieso du so viel Angst hast, abgelehnt zu werden, das ist was ganz, ganz anderes. Das liegt viel tiefer vergraben. Und das ist auch der echte Grund. Das ist der Hebel, den du hast, um wirklich verdammt attraktiv für Frauen zu werden und denen das bieten zu können, was kaum ein anderer Mann hat. Nehmen wir einmal an. Du wurdest als Kind gehänselt. Du bist in die erste Klasse gekommen und da waren drei Jungs, die dich verprügelt haben, gehänselt haben und gemobbt haben. Und du fandest das ziemlich scheiße. Aber aufgrund von der Angst, dass du verprügelt wirst von diesen drei Kindern, die dir körperlich überlegen sind, hast du die Schnauze gehalten und dich nicht verteidigt und nichts gemacht. Und du hast dir gedacht, ey scheiße, bin ich eine... Ich kann mich nicht durchsetzen, ich kann mich nicht wehren, ich bin schwach. So, zwei Monate später ist es dir wieder passiert. Dann hat die ganze Klasse dich einmal gemobbt, dann hat das Mädchen, in das du verliebt warst, dich abgelehnt und du hast auch gedacht, warum hat sie mich abgelehnt? Wahrscheinlich, weil ich eine... bin und zu schwach, weil ich mich nicht durchsetzen kann. So, und das ist über dein Leben die ganze Zeit so weitergelaufen. Du bist immer wieder in Situationen gekommen, wo du dir gedacht hast, ich bin einfach nicht so stark, nicht so durchsetzungsfähig. Dann wurdest du später von deinem Chef angeschnauzt und du so, ja eigentlich stört mich die Art und Weise, wie er mit mir umgeht, aber schwierig. Weil hast du nichts gemacht. Und später, als du Feierabend hattest, darüber nachgedacht und geschlussfolgert, ich bin zu schwach. So, eine Frage. Willst du, dass andere Menschen rausfinden, insbesondere deine potenzielle Partnerin, dass du zu schwach bist? Dass du nicht durchsetzungsfähig bist? Dass du eine... bist. Ich vermute, du würdest lieber sterben, als dass deine zukünftige Partnerin diese Sache über dich weiß. Und was würde passieren, wenn du jetzt diese Frau ansprichst, die du attraktiv findest? Sie dich vielleicht ein bisschen shit testet, dich in Verlegenheit bringt und du dann keine schlagfertige Antwort parat hast. Was würde dann rauskommen? Vielleicht, dass du eine... bist? Das ist der echte Grund, wieso du Angst vor Ablehnung hast. Die Frau soll nicht rausfinden, was du selber über dich bereits denkst. Du hast so eine Identität. Diese Identität ist in dem Fall, ich bin zu schwach, ich bin nicht durchsetzungsfähig. Ich kann mich nicht verteidigen und kann nicht für mich selber einstehen. Und es tut weh, und zwar wie nichts anderes auf der Welt, wenn du einen Beweis für diese These, für diese Meinung über dich selbst findest. Deswegen versuchst du, jede Situation zu vermeiden, die das ans Tageslicht befördert, was du sowieso über dich selber denkst. Und jeder Mann, und ich meine damit, jeder Mann auf diesem Planeten, der Angst vor Ablehnung hat, du hast ja gelernt, dass das eigentlich kompletter Nonsens ist, kompletter Schwachsinn, diese angebliche Angst vor Ablehnung. Jeder Mann, der nicht in der Lage ist, Frauen komplett frei anzusprechen, auf neue Leute zuzugehen, vor einer Gruppe zu sprechen, egal wie viele Leute das sind. Oder schlagfertig zu antworten, wenn er mal einen dummen Spruch abbekommt. Jeder Mann, der ein Problem damit hat, hat diese eine Sache, die nicht rauskommen soll. Und ich rede hier aus Erfahrung. Ich habe das alles selber durchgemacht. Ich selber habe in meinen ersten 23 Lebensjahren fest daran geglaubt, dass ich ein fauler Versager bin. Jemand, der zwar sehr schlau ist, kompetent, so von der Veranlagung her, aber faul. Bock auf nichts, ich bin unzuverlässig und man kann sich nicht auf mich verlassen, egal was passiert. Am Ende ziehe ich sowieso nichts durch. Das war meine feste Überzeugung von mir selbst. Ich bin in der Ukraine sehr arm aufgewachsen, also ich und meine Familie, wir konnten kaum für uns sorgen. Und meine Mutter wollte, dass ich es besser habe. Das heißt, sie hat mir direkt als Baby wie verrückt Sachen vorgelesen, mir das Schreiben beigebracht. Und ich habe gelernt, 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 gelernt. Und ich hatte auch noch Spaß daran, stell dir vor. Also es war nicht, dass meine Kindheit scheiße war. Ich konnte mit drei Jahren lesen, und zwar jedes Buch, was man mir vorgenommen hat. Meine Mutter hat mich wie so ein Wunderkind vorgeführt, anderen Menschen gegenüber, den Verwandten. Ich habe alles lesen können. Mit fünf Jahren konnte ich bereits schreiben und ich war weiter als alle anderen Kinder. Und dann sind wir abgehauen aus diesem Drecksloch nach Deutschland. Und auf einmal hatte ich kein Ziel mehr. Ich hatte keinen Grund zu lernen. Ich hatte keinen Grund, gut in der Schule zu sein. Weil ich war unbeliebt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, was ich später machen kann mit einem guten Zeugnis, fand ich alles scheiße. Ich fand alles scheiße, was man nach der Schule machen konnte. Ich wollte zum Beispiel einen geilen Lifestyle. Ich wollte viel Geld verdienen. Das war mir als Kind bereits wichtig. Und alles, was man mir vorgesetzt hat, wo das möglich war, war mit extrem viel Arbeit und Zeit verbunden. Zum Beispiel konnte ich sowas wie Arzt oder Anwalt werden oder Psychiater. Das war auch einer meiner möglichen Ziele als Kind. Und ich fand alles scheiße, weil man dafür länger als 15 Jahre insgesamt etwas tun musste. Ich war nicht bereit, für so ein Kind, ich war nicht bereit, so viel Zeit zu investieren, um irgendwann in 100 Jahren so ein Ergebnis zu haben. Und deswegen habe ich mir gesagt, scheiß drauf, ich habe keinen Bock auf gar nichts mehr. F*** ich Welt, f*** ich Lehrer, f*** ich Mitschüler. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ab jetzt mache ich gar nichts mehr. Und dann habe ich mich quergestellt. Ich habe nichts mehr getan. Ich habe nicht gelernt oder mit dem allergrößten Zwang meiner Familie. Ich bin teilweise kaum zur Schule gegangen. Und es ist so weit gekommen, dass ich in der sechsten Klasse sogar mit der Polizei zur Schule gehen musste, weil ich die ganze Zeit geschwänzt habe. Und meine Mutter fand das überhaupt nicht gut. Sie hat mir jeden Tag gesagt, ey, du bist so schlau, aber so faul. Du hast Bock auf gar nichts. Man kann sich nicht auf dich verlassen. Und das hat weh getan für mich, weil meine eigene Mutter mir das jeden Tag vorgehalten hat. Und irgendwann habe ich das selber geglaubt. Ich bin ein fauler Versager. Und weil das auf keinen Fall über mich rauskommen durfte, war ich immer verkrampft in meiner Kommunikation. Ich habe immer mich sehr stark bemüht, auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu präsentieren. Und es ging sogar so weit, dass ich gar keinen Bock auf Leute hatte. Ich habe mir eingeredet, dass ich richtig introvertiert bin. Ich will den ganzen Tag nur allein sein. Und ich will nichts mit Menschen zu tun haben. Einfach nur, weil ich nicht wollte, dass das rauskommt. Und als ich das dann gelöst habe, wie, das erkläre ich dir natürlich am Ende des Videos. Dann wurde alles auf einmal anders. Ich habe auf einmal Bock gehabt, mit Leuten zu reden. Mir hat es Spaß gemacht, Frauen anzusprechen. Mir hat es Spaß gemacht, neue Kontakte zu knüpfen. Und mein Selbstbewusstsein, mein Auftreten, mein Charisma, das ist teilweise von null auf tausend gegangen. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel dafür. Ich habe relativ spät angefangen, Frauen anzuquatschen. Das war vielleicht mit so 21 Jahren oder sowas in der Richtung. Und ich war unterwegs mit einem Veteran. Also der konnte schon so richtig Frauen ansprechen. Der hatte diese ganzen Techniken drauf. Und der wusste, wie es geht. Und ich habe es davor, wie gesagt, noch nie gemacht. Dann bin ich einfach reingegangen und habe die Frauen angesprochen mit Ey, bist du nicht die Schwester von Lena? Also ich habe jedes Mal diesen Opener gebracht. Bist du nicht die Schwester von Lena? Habe ich mir spontan ausgedacht. Die Frau so, nein, woher kennen wir uns? Oder was meinst du? Und dann habe ich irgendwann zugegeben, ey, eigentlich kenne ich gar keine Lena. Ich brauche da einfach nur einen Vorwand, um dich anzusprechen. Ich finde, du siehst gut aus. Bist genau mein Typ. Ich bin Sascha. So. Weißt du, wie gut das funktioniert hat? Ich war eine Nummer-Einsammelmaschine. Also mein erstes Frauen ansprechen war direkt erfolgreich. Jetzt nicht, dass du eine falsche Erwartungshaltung aufbaust. Ich habe davor schon Online-Dating durchgespielt. Ich habe viele Dates gehabt. Ich habe viele, viele, viele Frauen gehabt in meinem Leben. Also ganz so von alleine kam es nicht. Da war auch der dazugehörige Skill dazu. Aber ich habe mich das erste Mal getraut. Davor habe ich das vermieden. Mein ganzes Game, wenn du so willst, auch online, war immer eher so ein, ich vermeide es, einen Korb zu bekommen. Und meine Dates haben auch nicht so wirklich Spaß gemacht. Genau deswegen. Frauen haben auch ab und zu das Interesse an mir verloren, weil ich so einen Stock im Arsch hatte, irgendwie weird rübergekommen bin und so weiter. Also so geil war es auch nicht. Und ab da konnte ich, wie ich lustig bin, Frauen anquatschen im Alltag. Und damit hatte ich nie wieder ein Problem, an Dates zu kommen. Also ab diesem Tag, wo ich das gelöst habe, war dieses Problem Frauen kennenlernen weg. Ich wusste, ich kann so viele Dates haben, wie ich will. Weil, wenn ich auch nur in den Supermarkt kurz rausgehe, um mir ein, zwei Sachen zu holen, dann begegne ich mindestens mal so drei Frauen, die ich anlabern kann. Und wenn ich einen Korb bekomme, ist mir das komplett egal. Es spielt keine Rolle. Ich habe da nicht mal so eine emotionale Reaktion. Egal, was für einen Korb ich bekomme. Und das ist echte Lebensqualität. Und dieses Geheimnis dahinter, das, was Frauen verrückt nach einem macht, weil das spüren sie, ist, dass du, ich sage es ungern, weil es nach einer Floskel klingt, aber im Reinen mit dir selber bist, dass du eben nicht diese eine Sache hast, die andere nicht rausfinden dürfen. Weil, wenn du das bei dir auflöst, und ich garantiere dir, du hast diese Sache, solange du nicht komplett frei kommunizieren kannst, Angst vor Ablehnung hast, du hast da irgendeine Sache, irgendeine Sache, die dir wahrscheinlich auch gar nicht selber bewusst ist, weil du dich tief vergraben hast, weil du dich angeblich nicht mal daran erinnern kannst, um das nicht immer wieder vor Augen gehalten zu bekommen. Also, du hast diese eine Sache. Und wenn du rausfindest, was es ist, und das dann auflöst, dann wird dein Leben ganz anders. Und dann bist du dieser eine Typ im Leben von Frauen, der echtes Charisma, echtes Selbstbewusstsein hat. Weil, was machen die meisten Männer, die ansatzweise Erfolg bei Frauen haben? Die finden auch in Wahrheit nicht, dass die geile Typen sind. Die haben diese eine Unsicherheit. Also, ich kenne wirklich Playboys, die reich sind und gut aussehen und mit Dutzenden Frauen gebumst haben. Die sind trotzdem im Inneren richtig unsicher. Und spätestens, wenn sie in eine Beziehung kommen mit Frauen, dann checken die Frauen das. Was? Die merken, da ist irgendwas. Der Typ ist gar nicht so cool, wie der erscheint auf den ersten Blick, wie der die ganze Zeit tut. Und dann sind die weg. Deswegen höre ich ja oft von attraktiveren Männern, also Männern, die schon besser aussehen, flirten können, Erfahrungen haben. Oh, scheiße, die Frauen, für die ich mich wirklich interessiere, verlieren das Interesse an mir. Ja, da hast du den Grund. Weil die Frauen irgendwann merken, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Und ich kenne so wenige Männer, die diese Unsicherheit gar nicht haben. Die, die komplett losgeworden sind. Also, das kann ich wirklich an der Hand abzählen. Jetzt meine Kunden, bei denen wir das gemacht haben, natürlich nicht mit eingeschlossen. Aber Männer in einem bestimmten Alter, die haben das immer, 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 immer. Manche werden das von sich aus los. Also, die werden irgendwann alt und weise. Und wenn die spätestens 60 geworden sind und so ein paar Sachen über das Leben begriffen haben, dann geht das auch so langsam, schneckentempoartig weg. Aber die gehen halt ihr ganzes Leben damit rum. Und jetzt stell du dir die Frage, wie willst du dein Leben gestalten? Möchtest du frei kommunizieren? So sein, wie du wirklich bist? Und ohne diese Angst vor Verurteilung, von Bewertung, von Ablehnung, von Frauen, von anderen Menschen leben? Oder möchtest du die ganze Zeit aufpassen müssen, dass andere Leute bloß nicht rausfinden, dass du zum Beispiel zu schwach bist oder dass du komisch bist, nicht dazugehörst und so weiter und so fort. Es gibt eine Million Möglichkeiten, was Menschen über sich selber denken, was nicht rauskommen darf. Aber das ist der Grund. Das ist der Grund für Unsicherheit. Das ist der Grund, warum Frauen keinen Bock auf dich haben. Das ist der Grund, warum Frauen zu anderen Männern gehen. Weil dir das fehlt. Die Amis haben da so einen schönen Begriff für. Das heißt Big Dick Energy. Mit, auf Deutsch übersetzt, große Sch***energie. Was ist damit gemeint? Du hast so eine Ausstrahlung oder das Verhalten von jemandem, der so ein Ding in der Hose hat. Und wenn du diese Unsicherheit hast in deinem Inneren, dann verhältst du dich so wie jemand mit so einem kleinen Ding, der das versucht zu kompensieren, damit es halt bloß nicht rauskommt. Deswegen finde ich diese Metapher extrem passend. Und wenn du diese Big Dick Energy hast, diese innere Ruhe ausstrahlst gegenüber anderen Frauen. Ey, die laufen aus. Die laufen fucking aus, weil die noch nie mit einem Mann zu tun hatten, der wirklich im Reinen mit sich selbst ist. Und jetzt ist die große Frage. Wie zum Teufel bekommst du diese Unsicherheit weg? Und zwar wirklich ein für alle Mal, dass das auch nicht wiederkommt. Und die Antwort wird dir nicht gefallen. Alleine wirst du es nicht schaffen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du das alleine in den nächsten 5 bis 10 Jahren wegbekommst. Bisher warst du Opfer deiner eigenen Unsicherheit, die du wahrscheinlich nicht einmal kennst. Und es wird auch so bleiben, wenn du das alleine versuchst. Wie habe ich das wegbekommen? Mit jemandem, der sich damit auskennt. Mittlerweile arbeitet er sogar für uns in unserem Training und hilft unseren Kunden dabei. Also ich habe nicht dafür irgendjemanden gebucht, sondern den gleichen Typen, dem ich ein halbes Vermögen dafür zahle, dass er das bei mir macht. Also normalerweise, bis jetzt im Hintergrund, macht er das nur bei Unternehmern, weil die das Budget mitbringen. Also er hilft Unternehmern dabei, produktiver, glücklicher durchs Leben zu gehen. Aber ich habe diese Person nicht berätet bekommen, dass sie auch das für meine Kunden macht als Service. Und deswegen kann ich dir nur anbieten, in mein Training zu kommen und das bei dir ebenfalls machen zu lassen. Also im Grunde funktioniert es ganz einfach. Der stellt ein paar smarte Fragen. Du brauchst dafür so ein bisschen Vorwissen. Das findest du alles in unserem Training. Und dann finden wir mit gezielten Fragen heraus, was das bei dir ist und helfen dir dabei, das aufzulösen. Also es ist alles nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Nur man muss geschult sein, um sowas bei Menschen rauszubekommen. Also das kriegt echt nicht jeder hin. Sonst würde ich ja auch irgendeinen random Coach einstellen und nicht jemandem mein Vermögen dafür zahlen, dass der das bei meinen Kunden macht. Wenn es so einfach wäre, dann würde ich das auch nicht machen. Also lange Rede kurzer Sinn. Wenn du das wegbekommen willst, dann kann ich dir anbieten, dass wir in einem Erstgespräch miteinander reden. Und dann kannst du ja entscheiden, ob du das mit uns gemeinsam machen möchtest oder nicht. Also, wenn du ein für alle Mal diese verdammte Unsicherheit wegbekommen willst und einfach frei sein willst in deiner Kommunikation und dieses Selbstbewusstsein aufbauen möchtest, was kaum ein anderer Mann da draußen hat, damit die Frauen, die dir so im Alltag begegnen, damit die nicht genug von dir bekommen, dann klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung und buch ein kostenloses Erstgespräch. Das ist wie gesagt alles unverbindlich. Erstgespräch bedeutet jetzt nicht, dass du unbedingt kaufen musst. Wenn du das nicht geil findest, alles gut. Dann sagst du halt, es gefällt dir nicht. Dafür ist es ja da. Wir werden dir alles vorstellen, schauen, ob du auch zu unserem Training passt. Also klick da drauf und bewirb dich, solange noch Plätze verfügbar sind. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dahin. Bis dahin.